Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keiter, Jörg, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, weit ist das einfach gekommen! Das Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen! Nie das verrestige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nichts als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur umzulernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen nur verhindert! Es hat mir jeden nur als witzige Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich noch verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich der Fall dich! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich wünsche, was Sie wollen! Ich wünsche, was Sie wollen! Untertitelung des ZDF, 2020